Yo Dennis, ich hab gehört am Wochenende war die Aftersea-Party von Join the Crew. Was hab ich verpasst? Ja, ich bin fast straßklar. Ja. Aftersea-Party 2022. Wir kommen, Leute. Alter. Hahaha, Mario, Junge. Guck dir das mal an. Das ist der Antwort am Ende. Das wird ne richtige Sau. Boah, ich bin richtig aufgeregt, Alter. 1000 Leute, Aftersea-Party in Berlin. Samstagabend, heute Abend 400 Leute Opening-Party. Und morgen noch 340 Leute Bootsfahrt. Und dann nochmal 300 Leute beim Bunch-Sonntag. Und dann fahr ich wieder nach Hause. Leute, 21.10. Freitag, Berlin. Opening-Party. Join the Crew. Noch 10 Minuten. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Wildes Ding. Aber Dennis, du hast nicht wirklich das Boot verpasst. Oder? Das ist der. Der. Hau mal ab. Komm schon. Sie ist ein jünger Geiler. La 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 la. Die wunderschöne Leiter. Ja, ich gucke lieber, ich bin ja weg. Ja, ich gucke lieber, ich bin ja weg. Ja, ich gucke lieber, ich bin ja weg. Das ist wie ein Autounfall, ich kann aber nicht wegschrauben. Und ich danke euch, dass ihr diesen Segel-Sommer geschmissen habt. Danke! Ich gucke lieber, ich bin ja wegschrauben. Ich gucke lieber, ich bin ja wegschrauben. Ich gucke lieber, ich bin ja wegschrauben.